Die Rasselband in Hort ist eine riesige Musik mit 57 aktiven Mitgliedern. Das gibt natürlich schon ein Sound, wie wir ihn jetzt hören. Ja, da sind es natürlich John Lennon und Paul McCartney, den Ringo Starr und George Harrison. Musik Rasselmann, die Lonely Hearts Club Bands mit typischen Beatles-Clang Unterwegs in der Luzerner Fasnacht 2007 Und hier kommen wir zu einer kleinen Fusion zwischen zwei Musiken Das sind nämlich Trappendämonen und Knaupensager die zusammenlaufen, ob das etwas Definitives ist Das erzieht sie in unserer Kenntnis Aber zumindest laufen sie einmal Zusammenfassnacht 2007 Die Knaupensager kommen eher etwas älter Mit den Organg 79 Trappendämonen natürlich viel jünger Aber es kommt anscheinend Jung und alt hat sich gefunden Vielleicht beide ein wenig mit in den Schwung Und haben gefunden, komm, wir laufen doch miteinander Das ist immer wieder eine grosse Musik Eine tolle Geschichte Die Knaupensager als Eski-Unterwegs und Trappendämonen sind die Leute, die vor einem Monster-Programm verteilen Und wenn jemand gut zum Monster-Core so passt